Türkei, Köln, fiese Vorwürfe gegen Pietro Lombardi. Die Fans werfen dem 31-Jährigen vor, sich derzeit nicht genügend um den 8-jährigen Alessio zu kümmern. Die Reaktion des Vollblutpapas folgt prompt. Nach rund einwöchiger Funkstille ist der DSDS-Gewinner von 2011 in den sozialen Netzwerken wieder aktiv. Die jüngsten Trennungsgerüchte konterten der Sänger und seine Verlobte gekonnt mit der Verkündung eines Hauskaufs. Jetzt wo der zukunftsträchtige Eigenheimdeal unter Dach und Fach ist, gönnen sich Pietro und Laura Maria Rüper, 27, erst einmal einen wohlverdienten Urlaub. Zusammen mit Söhnchen Leano, 8 Monate, lassen sie in der Türkei die Seele baumeln. Während das Trio also die Sonne genießt und ausgelassen im Pool planscht, wurde ein anderes Familienmitglied einfach zu Hause zurückgelassen. So formulieren es zumindest die Nutzer auf Pietros Instagram-Profil und meinen damit natürlich seinen Erstgeborenen, Alessio. Der Achtjährige stammt aus der ersten Ehe des Entertainers mit Sarah Engels und verbringt die meiste Zeit bei seiner Mutter und ihrem neuen Ehemann Julian, beide 30. Auf Pietros Profil gab es zuletzt immer weniger von dem Promispross zu sehen. In Bezug auf den jüngsten Urlaub der Patchwork-Familie schreibt eine Userin unter einem Beitrag des Wahlkölners deshalb, wie immer ohne Alessio. Das Kind hat nur Urlaub mit Mama und Stiefvater, mit Papa nie. Traurig. DSDS-Juror klärt auf, warum sein Erstgeborener im Türkei-Urlaub fehlt. Viele andere Follower stoßen in dieselbe Kerbe und attackieren Pietro in der Kommentarspalte deshalb ebenfalls scharf. Wer den gebürtigen Karlsruhe kennt, der weiß, dass er derlei Zeilen über sich und seinen Sohn nicht schweigend zur Kenntnis nimmt. So auch diesmal. In seiner Story meldete sich der Cinderella-Interpret sogar persönlich zu der Debatte zu Wort. Wir hätten Alessio natürlich gerne mitgenommen, lässt er seine Follower zunächst wissen. Das Ganze hat nur einen Haken. Aber er muss in die Schule, stellt Pietro klar. Dies scheinen viele Fans tatsächlich nicht auf dem Schirm zu haben. Außerdem betont der ehemalige Pizzabäcker, dass es mehr im Leben gäbe, als Social Media. Nur weil man Alessio nicht ständig in seiner Story sehen würde, bedeute das nicht, dass die beiden nicht viel Zeit miteinander verbringen würden. Während der Schulferien im Sommer hatte zudem Ex-Frau Sarah die Urlaubspläne des Vater-Sohn-Gespanns torpediert. Weil die Sängerin in den sechs Wochen gleich drei Reiseziele, Türkei, Madeira, Zypern, ansteuerte, blieb am Ende kein Zeitfenster mehr für Pietro übrig.